Miep. Sagen die sonst nicht immer Miep? Da halten wir uns besser raus. Der gehört zu dieser Klacke. Klicko. Okay. Ah, sein Name ist Sardi. Er will keine Kopie der anderen mehr sein. Er will sein eigener Fisch sein. Mit seiner eigenen Persönlichkeit. Ich war mal einen Sommer in Sardelinien. Aber er weiß noch nicht, welche Persönlichkeit gut zu ihm passt. Keine Sorge, Sardi. Wir helfen dir. Gib mir fünf. Hm? Hm, hier ist etwas, das dir helfen könnte. Ich habe schon viel ausprobiert, um mich selbst zu finden. Bis ich der perfekte Schwamm geworden bin, der vor dir steht. Hey, ich sagte, ich bin tabu. Du hast es noch nicht mal richtig drauf. So geht das. Warum höre ich hier drin doppelt so viele Spongebob's und Patricks? Smap, 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 smap. Wow, der Junge hat eine echt starke Persönlichkeit. Hört auf ihn. Ja, vielleicht. Voila. Nein, vergiss es. Bei dir klingt es nicht so wie bei Herrn Fabius. Der Sportler ist ein klassischer Persönlichkeitstyp. Komm schon, mupe das Gewicht. Kein Schmerz, kein Erfolg. Zeig mir doch mal deine Muckis. Muppmuskeln. Mupp. Ich wette, ein Koch zu sein wird Savi unheimlich gut gefallen. Oder, Patrick? Oder, Patrick, was? Hm. Ich weiß schon, was ich mit dir anstelle. Hopp. Ja. Pizza ist fertig. Stimmt so. Er hat sich selbst gefunden und ich hab ne Sardin-Pizza gefunden. Patrick, Pizza sein ist doch keine Persönlichkeit. Äh, wir haben alles probiert. Was sollen wir noch versuchen? Versuchen wir die Pizza. Ja. 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 Das wollte ich auch sagen. Ich bin. Ja, siehst du mich? Mop! 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 Meeb!